Nun, da mein Vater tot ist, will das nächste Kapitel geschrieben werden. Ich möchte der Welt meinen Stempel aufdrücken, das Unbekannte entdecken. Mit Völkern in aller Welt in Kontakt treten, Verträge schließen, Bande knüpfen und Handel treiben. Ich werde Siedlungen in Metropolen verwandeln. Großartige Monumente und Wohnhäuser für unsere Bürger errichten und in diesem Zeitalter der Industrie einen Hafen der Hoffnung erschaffen. Ich lasse mich von meiner Vision für ein besseres Morgen leiten. Gemeinsam stehen wir am Beginn einer neuen Ära. Und ich bin bereit, sie zu prägen. Wie wirst du in die Geschichte eingehen? Anno 1800, Console Edition, jetzt erhältlich. Wie wirst du in die Geschichte? 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 Untertitelung des ZDF, 2020